Ich war auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein Business aufzubauen. Da bin ich auf die Selbstständigkeit bei Bofrost gestoßen. Dieses hochwertige Produkt und die starke Marke haben mich einfach überzeugt, Teil dieses Teams zu werden. Ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu treten und von unseren erstklassigen Produkten zu begeistern und somit Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen. Da ich ein offener Typ bin, fällt es mir auch nicht schwer, Leute von unseren Produkten zu überzeugen. Um bei Bofrost als selbstständige Vertriebspartnerin oder Vertriebspartner einzusteigen, ist eine unternehmerische Denkweise und die Leidenschaft am Verkauf unumgänglich. Es ist wichtig, motiviert zu sein, sich selbst auch organisieren zu können. Wir bieten den selbstständigen Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern regelmäßige Informationsveranstaltungen an, wie zum Beispiel Verkostungen, um die Produkte besser kennenlernen zu können. Gemeinsam mit unseren Teamleitern unterstützen wir mit Rat und Tat und versuchen unsere neuen Vertriebspartner bestmöglich zu unterstützen. Redaktion Redaktion пос sunset